Es ist soweit, Licht an, Bühne frei, das Mic check check, der erste Poetry Slam am Helmut Schmidt Gymnasium steht an. Anlässlich unseres Theaterprojekts Kein Deutscher Land möchten wir uns kreativ mit euren Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen. Die Idee, ein Poetry Slam, bei dem ihr im Mittelpunkt steht. Aber hey, was ist eigentlich ein Poetry Slam? Ganz simpel gehalten steht es für Dichtung und Zuschlagen, eine Art Dichterflach, was nichts anderes bedeutet, als dass ihr euch ans Mic stellt und auf der Bühne mit euren Werten eintrittet. Die Regeln sind simpel. Ihr performt mit euren eigenen Texten, ohne Instrumente oder Requisiten und das innerhalb von 3 bis 5 Minuten. Also denk nicht lange drüber nach. Es wird Zeit, deinen Gedanken und Gefühlen eine Stimme zu geben. Nutze die Chance. Es geht um deine Poetry. Slam sie uns und der Welt ins Gesicht. Schreibe zum Thema Identität und Heimat. Lass dein Herz auf deiner Zunge schlagen. Sei dabei. Jetzt bist du dran. Beifall bei der Zunge. Sie sind die Tür. Musik 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 Musik